Kannst du bitte einen Krankenwagen rufen? Kannst du bitte einen Krankenwagen rufen? Es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wo ist das Krankenhaus? Wo ist das Krankenhaus? Wo ist das Krankenhaus? Was ist das Krankenhaus? Ich muss jetzt nach Hause gehen. Wie kommt man zur Post? Wo ist die nächste Apotheke? Wo ist die nächste Apotheke? Wo ist die nächste Apotheke? Was ist das Krankenhaus? Ist dieser Sitzplatz besetzt? Ist dieser Sitzplatz besetzt? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Kann ich dir eine Frage stellen? Kann ich dir eine Frage stellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das macht nichts. Das macht nichts. Aber ich weiß es nicht. Kann ich etwas dazu nehmen. Ich weiß es nicht. Noch einmal! Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Bitte mach weiter! Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Bitte mach weiter! Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Bitte mach weiter! Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Bist du verheiratet? Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Mein Traum ist es, die Welt zu verbessern. Mein Traum ist es, die Welt zu verbessern. Zeichne mir ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf. Wo bist du verheiratet? Wo bist du? Zeichne mir ein Schaf. Ich muss losgehen. Ich muss losgehen. Ich muss losgehen. Mach dir keine Gedanken darüber, was andere sagen. Mach dir keine Gedanken darüber, was andere sagen. Egal was du sagst, es kümmert mich nicht. Egal was du sagst, es kümmert mich nicht. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann wirklich nichts machen. Dein Satz ist falsch. Dein Satz ist falsch. Es tut mir sehr leid. 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 Es tut mir sehr leid.